Nervengift im Saatgut tötet nicht nur Schädlinge, sondern auch massenhaft Bienen. Was lang vermutet wurde, ist mittlerweile wissenschaftlich bewiesen, und zwar durch die sogenannte Melissa-Studie. Doch wer glaubt, dass derartige Bienengifte nun auch in Österreich verboten werden, der irrt. Vorerst gibt es nur gegenseitige Unterstellungen und Hinweise, dass beim Thema Pestizide in der Landwirtschaft noch weit mehr im Argen liegen könnte. Martina Schmidt berichtet. 24.000 Imker kümmern sich um die fleissigen Honigbienen. Rund 400 Imker erwerbsmässig. Auch heuer beobachten Imker wieder heftiges Bienensterben. Die Hälfte aller Pestizide in der Landwirtschaft sind bienenschädlich, heisst es. Das Bienensterben an meinem Stand begann Mitte Oktober. Das dauerte etwa zwei Wochen. Und da waren hier an dem Stand von etwa 17 Völkern alle 17 gestorben. Das war also gestorben, sieht so aus, dass diese Kästen leer waren. Ich habe also keine Flugbienen mehr gefunden. Der Stock war geregelt verlassen. Das war gespenstisch. Ähnlich Gespenstisches berichten auch einige Imker-Kollegen aus der Umgebung. Ich habe 25 Bienenvölker gehabt, davon ist nur einer übergeblieben. Und mir hat das einen Wert gekostet von, ich schätze, bei 7.000, 8.000 Euro. Ja, ich habe 50 Völker überwintert. Übrig geblieben sind mir 12 Völker, das heisst, es sind 38 ausgefahren. Das ist ein Schaden von hochgerechnet 12.000, 14.000 Euro. Ich habe 18 Völker überwintert und mir ist noch einer eingegangen. Ich habe einen guten Stand, wo eigentlich die Fruchtfolge immer laufen tut. Und ich glaube, dass das ausschlaggebend war, dass nur ein Ausfall war. Seit Jahren wettern Experten und Imker, Schuld am Bienensterben ist die mit Nervengift angereicherte Beize gegen den Maiswurzelbohrer. Von 2009 bis 2012 hat die österreichische Behörde untersucht. In der Melissa-Studie wird bestätigt, es gibt einen Zusammenhang zwischen Bienentod und Maisbeize. Aber die Arges will sich nicht festlegen. Ja, das Bienensterben ist ja, wie schon gesagt, eine sehr multifaktorelle Angelegenheit. Und das Bienensterben, das Sie jetzt in der Öffentlichkeit erleben, ist zuerst einmal ein Sterben auf der Basis der Überwinterung der Bienen. Dass also Bienen nicht überwintert haben und hier ganze Völker ausgefallen sind. Das hat nach den Ergebnissen von Melissa einen relativ geringen Zusammenhang zum Bienentod. Und hier haben wir doch deutlich feststellen müssen, dass die Ursache für Überwinterungsschäden primär die Varroa-Milbe. Stimmt, auch die seit 30 Jahren wütende Varroa-Milbe dezimiert die Bienenvölker. Allerdings, so sagt Profi-Imker Stich, hat man sie mit Ameisensäure im Griff. Die zahlreichen toten Bienen auch von heuer kämen von der Beize. Die Melissa-Studie zeigt eindeutig, dass es den Zusammenhang zwischen den Maisbeizen und den Bienenschäden gibt. Da wurde ja von Anfang an eigentlich in Abrede gestellt. Es wurde sozusagen gesagt, da ist die Varroa dran schuld. Mittlerweile, jetzt haben wir es ganz klar und deutlich von Melissa bestätigt, die Maisbeize hat einen Zusammenhang mit den Bienenschäden. Dass die Varroa-Milbe schuld am Tod vieler Bienenvölker ist, wollen die Imker angesichts der Studienergebnisse nicht auf sich sitzen lassen. Biochemiker Burtscher von Global 2000 kommt den Bienenhütern zu Hilfe. Die Melissa-Studie hat eines nicht untersucht, nämlich ob diese Überwinterungsverluste auch mit diesen Pestiziden zusammenhängen. Obwohl das von den Imkern schon seit langem vermutet wurde. Im Gegenteil, seither behauptet Landwirtschaftskammer, seither behauptet die AGES. Wir haben zwar gezeigt, es gibt ein relativ kleines, eingeschränktes Problem. Das ist Pestizide rund um die Maisaussaat und Maisblüte. Und es gibt ein großes Problem, nämlich Bienen sterben durch verschiedene Krankheiten. Aber das hat mit den Pestiziden gar nichts zu tun. Sind also Milben oder die Beize bei der Überwinterung das Problem? Die Antwort gibt eine neue, bisher unter Verschluss gehaltene Studie, die dem Report vorliegt. Ulmer Wissenschaftler weisen darin nach, dass überwinternde Bienenvölker durch Beizrückstände im Bienenbrot, in den Waben also, geschädigt werden. Aber zurück zur behördlichen Studie Melissa. Ganz nebenbei ist da noch etwas anderes ans Tageslicht gelangt. In einigen Bienenproben wurden seit Jahren verbotene Pestizide entdeckt. Und wieder geraten die Imker in Verdacht, selber schuld am Bienensterben zu sein. Bei den Glorfen-Winfos war natürlich auch die Situation die, dass es in der Imkerei in Europa illegal angewandt wird. Und da gibt es auch wissenschaftliche Ergebnisse dazu, dass das so ist. Und Melissa hat das nun einmal gezeigt. Und jetzt gilt es darum hier, dass in Zukunft nicht mehr der Fall ist. Wir haben daraufhin die AGES aufgefordert, in Einzelfällen, uns bekannten Fällen, die von solchen Stoffen, Stofffindungen betroffenen Imker, haben sich zur Verfügung gestellt, haben angeboten, dass bei ihnen im Betrieb Wachsproben allerlei Analysen gemacht werden. Die AGES hat das verworfen und aus diesem Grund haben wir dann, um der ganzen Sache ganz klar einen Tisch zu machen, haben wir sofort Proben genommen von diesem Betrieb und haben solche Proben auch zur Analysen nach Deutschland an die Uni Hohenheim geschickt. Und das Ergebnis ist zum Glück schon da. Also wir haben das relativ schnell bekommen und es zeigt sich, dass es keinen Anhalt dafür gibt, keinen Anlass dafür gibt, zu glauben, dass die Imker diese Stoffe angewendet hätten. Wenn es nicht die Imker waren, wer dann? Im Jänner dieses Jahres warnt die Europol, der Handel mit gefälschten und illegalen Pestiziden aus dem Osten wächst rasant. Was hier gemacht hätte werden müssen, weil es wirklich kein Kavaliersdelikt ist, es werden eben verbotene Pestizide, die gefährlich sind für Mensch und Umwelt, ausgebracht. Das liegt auf der Hand. Wir haben ein Beweismaterial, nämlich die verbotenen Pestizide wurden von den Bienen eingesammelt, in die Bienenstöcke gebracht. Und wir wissen ungefähr, wo die ausgebracht werden muss, nämlich im näheren Umkreis des Bienenstocks. Und was die Behörde jetzt machen muss, ist hingehen, Proben ziehen, schauen, wer hat das angewendet und dann über den Anwender an die Hintermänner zu kommen. Wir fragen im Burgenland und in Oberösterreich nach, was man tut, um die verbotenen Gifte zu finden. Im Burgenland will man kein Interview geben. Erfolgreich sind wir in Oberösterreich. Dort treffen wir Landwirtschaftslandesrat Hiegelsberger. Wir sehen, dass das verbotene Beizen oder verbotene Mittel sind, die ja irgendwann einmal im Markt eingeführt werden. Und wir müssen dem sicher nachgehen. Es ist für uns nicht leicht, dort diese herauszufinden, weil wir die Fundstellen nicht zu 100 Prozent kennen. Dies auch nicht weitergegeben wird. Aber wir sind ja vor allem bei der Maisaussaat ganz stark involviert, auch in den Kontrollen kontrollieren, dort die Landwirte kontrollieren. Auch die ausgebrachten Seegeräte, mit denen ausgebracht wird. Daher hoffen wir, dass wir natürlich dort dahinter sind, diese jene schwarzen Schafe auch aufzuteben. Zwei Verdächtige, Händler und Anwender. Die einen vom Bund, die anderen von den Ländern kontrolliert. Und wenn zwei sich blockieren, freut sich der dritte, die prosperierende Pestizid-Mafia. In Sachen Maisbeize weisen die Bauern jedenfalls die Schuld von sich. Sie haben nachgegeben. Wir arbeiten mit den Imkern zusammen. Wir sind auch für ein Monitoring bereit. Wir sind auch bereit, noch einmal zu schauen, wo kann man noch verbessern. Aber uns das umzuhängen, dass die Maisbeize hier jetzt so quasi beim Bienensterben der Hauptverursacher ist und da das Hauptproblem darstellt, da würde man quasi das Kind mit dem Bad ausgießen. Also zurück zum Anfang. Wer hilft den Bienen? Volksanwalt Kostelka schaltet den EU-Ombudsmann ein. Denn sobald neue wissenschaftliche Daten vorliegen, ist die EU-Kommission verpflichtet, die Zulassung der Maisbeize zu überprüfen. Und das ist laut Kostelka jetzt eindeutig der Fall. Bis zum 30. Juni hat die Kommission Zeit für eine Antwort. Der Volksanwalt ist angesichts der Datenlage optimistisch. Wenn sich das alles erweist, wovon ich persönlich ausgehe, es gibt auch schon diesbezügliche wissenschaftliche Untersuchungen, so wird wahrscheinlich ein Verbot in diesem Jahr unrealistisch sein. Aber nächstes Jahr müsste es wohl schon greifen. Und die realpolitischen Aussichten? Ende Mai tagt der Landwirtschaftsausschuss im Parlament. Die fünf Parteien könnten sich einigen, heißt es. Kommt gar ein Verbot der Maisbeize mit großzügigen Ausnahmeregelungen? Wäre irgendwie typisch österreichisch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017